Moin und Willkommen zu Sondesüchtiger. Es ist auch wieder dabei. Das Chefchen. Heute mal anderer See wie sonst. Also hier waren wir jetzt noch gar nicht im Wasser drin und wir gucken einfach mal. Ich packe euch gleich ein wasserdichtes Gehäuse, damit es nachher nicht wieder so kacke mit dem Ton ist. Und wir schauen mal. Ihr wolltet ja immer wissen, was wir alle so dabei haben. Also wir haben den Quotenältesten dabei. Wir haben Flossen dabei, Hundbeutel, Taucherbrille, Pinpointer, dann Shorty und die Nemo. Und dann haben wir noch eine Bleiweste. Und Bleiweste müsst ihr halt immer an euch anpassen. Ja, je nachdem wie ihr Auftrieb habt, was ihr anzieht, kann man so pauschal nicht sagen. Also wir sehen uns im Wasser. Drückt uns die Daumen. Danke. Untertitelung. BR 2018 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 Und hier sehen wir das berühmte Seniorentier bei der Nahrungssuche. Untertitelung. BR 2018